also der moritz hat noch die asche super cool zermahlen und so die haben wir da jetzt hier noch drauf gemacht und der moritz hat jetzt hier das geknetet und zwar da ist die asche ja genau dann wird nämlich weil der teig ist jetzt ein bisschen zu dünnen und jetzt müssen wir das noch mal mit der asche hier durch und dann wenn der teig richtig gut ist dann kommt er aufs häuschen oder auf dem lehmofen in dem fall von heute und so kann man halt mit sand und lehm und heu und asche den teig wunderbar bereiten und der moritz macht ist der drüben wie in der wiener großküche hat so viel asche das reicht schon und das werden dann so ein bisschen härtere und die brauchen wir für unten also moritz guck mal du kannst ja hier gleich mal kommen und hier jetzt auf das ding mal drauf klatschen einfach mittel drauf von oben fangen wir an ja ach so aber warte mal das ist ja das oberstabile mit dem heu das fangen wir doch hier unten an macht so kleine würfel du magst du das schöne schöne knödel machen ja moment mal so dann machen wir lauter kleine ziegel einfach noch mal durch kneten und dann machen wir kleine ziegel wie bei dem auger wie bei dem auger kameraschwenk kameraschwenk hier rüber ich guck mal wie es aussieht ja man sieht dich super dann sieht man mich auch gleich jetzt machen wir hier so eine schöne schöne würfel halt nicht zu dick und nicht zu dünn sowie nachher der ofen auch sein soll ungefähr und dann mauern wir die unten drauf ganz sacht ruhig ruhig blut so so und das sind jetzt die mit asche deswegen sind diese schön schwarz und das kommt oben drauf hier asche und heu gleich stabilität gleich gute armierung so dele weiter geht's und die vom bauamt die sind auch schon hergefahren und holz eingesammelt und händ sich nicht beschwert also follow us follow us follow us shammush weltenwandloh shammush 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 sorry yes go find it out